ich wollte eigentlich nicht jetzt schon eine mine ausheben so war der plan nicht aber irgendwo wo muss ja mal stein kommen was ist das ja auch nein nie was das ist bestimmt marmor die auch mein sonnen toll 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 richtig toll ja ich weiß noch nicht mehr wo ich muss zweimal draufhauen ...weepin' bow, the wish I whispered, when it all begun, did it forge a love you might never have found? hmmm Das ist doch kacka voll Toll, da kann ich die Mine auch später direkt für den Atommüll nutzen Und das Schöne ist, wir haben halt da dann einfach eine riesen Limestone-Form Jetzt schon So, wo war... Achso, ich muss was essen So Blüb, blüb, blüb Ach ja Er hat nicht auf den Stream geschaut und mich schon gewundert wegen Wer gegen unsere Wand klopft Da kannst du mal sehen Da besteht Ich hab so das Gefühl, dass der komplette Boden nur aus Limestone besteht Das ist ein kompletter Limestone-Berg Wir fahren jetzt zum Schlossfest Oh, schön Schön, schön, schön Da viel Spaß Uppala Wohin Ja Ja Ja, da gibt's ja noch eine Anleitung dafür Wohin? Wohin? Ja Was ist das? Das ist Kupfer. Ich schau den Stream für dich mit. Ah, der Dreieck schaut doppelt. 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4. Parallel? Was ist jetzt das? Das ist auf jeden Fall kein Stone. Na bitte bitte ich der Start. Was denn? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Vielen Dank. So. Ähm. So, jetzt muss ich es sowieso erstmal wegbringen, weil da kommt jetzt irgendwas anderes. Also, ich kann mich erinnern, früher, als ich noch jung war, da war bei ECO einfach das Zeug immer in der Nähe gestanden. Da hattest du immer irgendwie so einen Steinhaufen in der Nähe. Jetzt hab ich bloß so noble Materialien. So, was ist das jetzt? Ja, okay. Okay. Was? Not enough room. Wieso? Äh, Moment. Ach, weil die Scheiße so schwer ist, oder was? Geil. Ja, nice. Dann kriegen wir jetzt auch Iron. Ich möchte doch einfach nur Stein. Nein. Ach, das ist jetzt Sandstone. Okay. So ein Fuck. Das ist... Ah, ist das dann Kohle? Und das ist doch wieder Granit. Ach, komm, leck mich doch. Was machen wir? Hier. Hartes Steinproblem. Ich glaub, da... Vielleicht der Server falsch geladen und hier gibt's gar keinen Stein. Wär das möglich? Okay. 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 Wenn die Mia das sieht, dann krieg ich gescheit geschimpft. Nix. Nix. Ja, weil ich hier schon so ein fettes... Ding. Weil hier so viel Metz rumliegen. Weil ich ja den ganzen Boden aushöhle. Ja, halt oder was? Oh. Hm? Hier ist ein bisschen... Das ist hier ein bisschen Spargel. Oh, das sind ja kleine, kleine Katofi. Die sind ja mini Katofi. Wie nennt man die? Ja, aber die haben doch so einen komischen Namen. Dreieck, so kleine Kartoffeln, so mini Kartoffeln. Die haben doch irgendeinen komischen Namen. Ja. Hm, das ist grüner Spargel. Zwei weiße. Okay. Und das ist ein bisschen Granit, ne? Ja, ja. So, Gott. Bin schon ein bisschen verzweifelt jetzt, ne? Boah. Boah. Aber nachher freue ich mich dann... Also irgendwann mal... ...wenn man zu den ganz krassen Sachen kommt... ...und heißt es... Sie brauchen jetzt Trinkgranit. Dann sage ich... Äh, easy. Habe ich doch. Wohin habe ich irgendwas liegen lassen, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich nicht. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So, Granit, habe ich das schon irgendwo ausliegen? Nö. Hm. Mach ich das Granitlager hier. Ja. Das hat ja doch gestimmt. Also waren ja 20, genau. Blüm, 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 blüm. So. Das irritiert mich, dass man jetzt zweimal draufhauen muss, bis was passiert. Denkt man erst immer, es ist kaputt. Ja. Hm, hm, hm. Ronky, 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 ronk. Blonk. Ich sieh's ja schon. Entschuldigung, ich muss kurz einen Spangel essen. Hm. Ist eigentlich ein Spangel schrecklich schon rum. Äh? Geht die so lang? Ich dachte, die wäre schon rum eigentlich. Also wenn du nachher Metz brauchst, Mia. Kannst du mich fragen. Auch ganz elend sagen. Aber es macht auch Spaß, was soll's. Dann bin ich halt ungewöhnlicherweise schon direkt am Anfang vom Spiel in der Mine. Was theoretisch total dumm ist. Aber es hilft ja nix. Ich suche eigentlich Stein. Ich finde aber keinen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ist das Eisen oder Atombombe? Uran? Ich weiß nicht. Nein, ich suche doch eigentlich nur Stein. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht ist es echt kaputt. Bug oder so. Hast du Stein überleg schon gesehen? Also. Pum, 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 Pum. Scheiß auch mal aufheben. Obwohl. Vielleicht auch noch. Oh. Oh. Das Blöde ist natürlich, wenn es Nacht wird, ist hier natürlich scheißdunkel, ne? Hm. Vielleicht ein Fackel bauen. Ein Licht. Vielleicht geht es ja jetzt noch gerade für ein paar Mal. Karamir hat, ah, die hat Juneloks gemacht. Die traut sich was, gell? Hä? Ah, was ist das? Gneiss. Ich möchte aber... Das ist aber anscheinend edel. Da muss ich viermal draufhauen, dass da was geht. Gneiss. So ein Scheiß. Ach, jetzt weiß ich eigentlich... Ach ja, genau, deswegen brauche ich ja Stone. Oh fuck, jetzt bin ich gleich gebumst. Weil ich Stone eigentlich gebraucht habe, weil ich mir ein Repair-Table baue. So. Ich kann aber nichts Repairn, weil ich kein Stone bin. Was machen wir denn da jetzt? Ach, vielleicht muss ich deswegen so oft draufhauen, weil mein Ding kaputt ist. Ich gehe jetzt da zu Fuß, das ist mir Latte. Das kann es doch wohl nicht sein. Ich möchte mich beim Geschäftsführer beschweren. Nein, Scheiß. Hier muss doch wohl irgendwo ein bisschen Stein rumliegen. Arsch mich doch nicht. Bin ich in einem Luxus-Biom irgendwie? Kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, da hin. Es poppt da auf eine riesige... Uh, das ist ein Büffel. Hilfe. Eine riesige Limestone-Wand. Ach, komm schon. Es ist dramatisch. Es ist... Es ist dramatisch. Limestone. Was macht man denn aus Limestone? Nix. Was ist das hier? Granit, ne? Ja, Granit. Ich lösche den Server gleich wieder. Ist das hier? Granit. Ja, logisch. Ach, da habe ich jemanden gefunden. Granit. Oh, das ist... Hupala, das ist Gold. Ja, ist klar. Kann man mal neben dem Haus stehen haben. Geht. Äh, ey, sie. Hallo. Hallo. Wer sind sie? Was sind sie? Inselbewohner? Ah. Ich auch. Haben sie, sagen sie mal, haben sie irgendwo Stein? Schlecht, ich brauche dringend Stein. Was ist das hier? Repair Table. Ja, mei, das weiß ich auch nicht. Ich brauche wirklich Stein. Ist aber überall nur Limestone. Kann ich nicht Limestone auch benutzen? Das ist ja auch eine Art von Stone. Das sehe ich doch von hier schon, dass das Granit ist. Oh, ich mache jetzt eine Weltreise für Stone. Limestone. Oh, ich muss was essen. Um... Mmh. Oh, ich muss... blätter guck mal das ist ja alles nur das ist wirklich alles nur limestone senstern und granit das ist mir irgendwie kann er nicht sein oder und schon früher immer alle paar mit einfach mal so ein gammeliger steinhaufen wenigstens gelegen ist auch wieder granit wieso das bist du ein mining spezialist was macht es wo ist denn mining sie das hier gar nicht hier so kalorie ja aber so ich weiß nicht mehr noch nicht damit tomato es wird auch drauf aus du müsstest wirklich dringend auf der unsuche gehen nicht dass wir doch ein problem haben der selber vergessen und stein zu generieren oder ist granit einfach bloß inzwischen falsch benannt obwohl das stein wäre ja manchmal aber erhoffen wir nicht so viel davon ja und da ich war überall schon es gibt nur sandstone limestone granite eisen gold knais das habe ich alles schon gefunden nur normalen kackstein nicht normalen kackstein habe ich nicht gefunden bitte sei du stone granite fuck you granite hallo le büffel le büffel also das war da war ich glaube ich schon auch granit ja da bin ich wieder daheim ach komm leck mich doch das ist doch nicht normal kann mir doch keiner erzählen jetzt schaut ganz anders aus stone old stone und gleich an zu holen müssen doch eigentlich eine materialie sein dies würde und auch nicht wenig ich habe mir richtig tiefe mini gebuddelt das bloß ist moment ist es so dass man sich stein inzwischen herstellt aus granit und scheiß jetzt kannst du mal an die wirkbank gehen und da steht prozess die glaube schon doch ne ja ich habe jetzt einfach mal limestone reingeballert das stelle ich mir stein her das ist jetzt nur noch normale also komische materialien findest und da kommt dann jetzt habe ich hier fünf normalen stein drin sagt mir das keiner ja gut dass ich hier ums eck zenten weise stein rumliegen habe habe ich alles so schön gefahren hat wenigstens gelohnt gern also kann sich auch hier bedienen wenn du möchtest oder halt dann bei meinem stein dann ja lustig das gemacht ist braune zeug was auf der oberfläche der storage ist voll ach komm dein sack ist voll aber dann mache ich hier direkt in der hand lustig und auch ein bisschen komisch finde ich weil ich möchte eigentlich stein einfach so finden ich verstehe halt nicht was das für den sinn macht das ist mir irgendwie unklar nämlich da haben nämlich verstehen sie so ich baue mir jetzt ein repair bench kollekt so eine repair station genau grafia senior da können wir unseren shit repair ist es nicht sexy überall auch mal hier muss das das war das das ist die bildung hier ein level 0 bietet und krönheit das richter das geht ja ich mach mal hier holz das gibt mir ja nur irgendwie das ist immer nur speed boosts nach benefit a hier steht der benefit sport recipe hat es kriegt dann okay wo ist diese spiele noch die pp da ja die pp das weiß ich nicht rechtsklick also kannst du dich zu meiner repair station gehen und dann halt dann schmeiße ich hier auch noch ein paar steinchen rein dass wir steinchen auf vorrat haben und dann aber du hast bisschen weit weg gebaut nach möchte ich jetzt mal anmerken ja aber das ist ganz schön weiten weg immer finde ich weil früher waren wir ja nur ums eck was reden sie denn da doch quatsch das ist doch quatsch das ist doch total so habe ich jetzt stone stone process limestone gut kann ich mich mit meinem ursprünglichen projekt wieder widmen der spargel in den mund und auch ja mein häuschen werde ich bauen und dann nachher muss ich auch noch die ganzen drecksgräser da weg gehen mir richtig auf die eier ach jungen loks brauche ich auch noch da mache ich gerade stone aber das kann ich eine warteschlange ballern ich habe gar keine loks was ist das ach das sind fertige gut gut ob acht ob acht ach scheiße und jetzt gar nichts ja da muss ich neue loks holen die lila loks wie könnte ich doch auch noch mal flipp aha ich werde ein holz gehacke doch schön bäume pflanzen vielleicht weil ich finde oxid naja durchs bäume schlagen und dann tust du die pulps aufsammeln und da sind öfter mal sieht es dabei weil hier wald mäßig ist hier in der umgebung bisschen schlecht ja nö nö ballern da jetzt einfach ganz viel bäume hin ich kann mich erinnern beim letzten eco spielstand er leider der ist echt da kann sie nichts mehr machen ne obwohl du könntest die ursprüngliche beta version wahrscheinlich auswählen damit man auch mal guckt ja überlegt dass man da so eingestellt ist es eigentlich für uns beide da bist du ganz rigoros gell ein steck hier zeit rein bei der nicht verloren geht ich wollte baum um wollte ich auf der welt dann nicht runter ich bin noch konnte fertig mit essen ja ist Toll, Toll. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Was für eine Fuck. Wie, wie, was, was? Sollen wir zusammen eine Kiste tragen? Du hast doch, komm jetzt her, du hast doch so weit weg gebaut, was soll denn der schmauen? Äh? Viel besser, wenn wir nah beieinander bauen. Und du hast echt weit weg gebaut, weil ich war ja auf Wonderschaft. Wie? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie? 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 Mh. wie es ist den camp irgendwas kannst du nur menschen google camping umstellen oder du bist wirklich umstellen ja gleich hause googeln wir haben seit eine halbe jahren fast nicht mehr gespielt was ist denn da jetzt drin so wie stone ist die total quatsch ist die total quatsch ist die total quatsch ja 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 ist gefährlich Das Lied ist chillig, ne? Ist von Red Dead Redemption 1. Ich hab's gewusst, ich bin so ein Arschloch. Oh, das war super lag. Wie viel kosten hier noch so ein Ding? Das ist ja abartig. Wo ist denn sowas? Hier ein Stockpile. Aha, da braucht's hier noch mal ist gut. Auch gleich im Morgen. Kein Platz. Ein gutes Essen? Hallo? Ist das jetzt Schwein oder Chicken? Hm. Oh. Jetzt kurze Pause. Oh, ich krieg gar nicht. Okay, das ist auch kein Minecraft. Dann guck mal hier schön. Dann guck mal hier. So. Ich krieg mal hier alles. Dann guck mal hier. Ich bin sicher.